Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr auch mehrere WordPress Instanzen administriert, managt, betreut, dann freut ihr euch vielleicht über ein Kommandozeilen-Tool, das euch die Arbeit ein Stück weit erleichtern kann. Normalerweise, wenn man ein oder zwei WordPress Instanzen managt, dann kann man das getrost über die GUI hier managen, das heißt, die Updates aktualisieren. Hier habe ich zum Beispiel eine Test WordPress Instanz am Laufen, da sind 16 Aktualisierungen ausstehend und dann ist es ja auch so, wie ihr wisst, ihr klickt dann nacheinander hier die entsprechenden zu aktualisierenden Komponenten an und dann wird die Wartungsseite geschaltet und peu a peu die Aktualisierungen installiert. Und das kann man machen, wenn man, wie gesagt, ein oder zwei Instanzen hat. Wenn es mehr sind, macht es einfach Sinn, das Ganze automatisiert umzusetzen. Und für genau den Zweck kommt jetzt das Kommandozeilen-Tool wp-clie zum Einsatz und mittels diesem Skript, das ist nichts anderes als ein PHP-Skript, hat man die Möglichkeit, auf der Shell hier die entsprechenden Management-Aktionen umzusetzen. Das heißt, man kann Plugins installieren, man kann den Transient-Cache löschen, man kann Updates durchführen. Also sprich, die komplette Palette an Management-Aktionen, die man sonst so kennt, kann man mit diesem Kommandozeilen-Skript dann hier durchführen. Und alles, was man machen muss, ist hier unter dem Punkt Installation auch schon aufgeführt. Das entsprechende PHP-Skript downloaden und das machen wir hier mit Curl. Hierfür kopieren wir uns erstmal die URL und öffnen eine Kommandozeile und mittels Curl initiieren wir den Download. Ich benutze jetzt noch den Parameter minus klein o. Also wenn wir den nicht nutzen, dann wird das Skript runtergeladen und der Dateinamen lautet wp minus cli.par und mit minus o kann man nochmal die Zieldatei entsprechend angeben. Nun überprüfen wir mit ls.wp, ob die Datei existiert. Sie ist jetzt da und wir checken nochmal, was das für eine Datei ist. Es ist ein PHP-Skript executable und zwar eine Binärdatei. Und wenn wir das Ganze mal mit less anschauen, dann sehen wir hier genau solche ekligen Binärinformationen. Und wenn wir die jetzt mal rausstrippen mit Strings, dann können wir alle Characters anschauen, die hier in dem PHP-Skript mit enthalten sind und können, wenn wir ein bisschen runtergehen, sehen wir auch dann die ganzen Funktionen, die hier aufgerufen werden. Also letztendlich kann man auch nochmal hier direkt sehen, was das PHP-Skript denn da so tut. Das wp-Kommando, wenn man das direkt eingibt ohne irgendwelche Parameter, dann öffnet sich eine, ja so eine Hilfeseite wie eine Manpage aufgebaut, in der wir dann eben auch sehen können, was wir alles hier damit anstellen können. Und das, wie wir sehen, ist es eine ganze Menge. Hier benötigen wir nur einen Bruchteil. Wir nutzen zum Beispiel das Subkommando Core, Plugins, Language und wir können uns über diese Hilfeseite einfach dann vorantasten und sehen, okay, was muss ich als nächstes für ein Parameter eingeben. Hier wp-Core. Wenn ich das hier eingebe, dann sehe ich, okay, ich muss nochmal zusätzliche Unterkommandos dann mit eingeben. Wenn man hier wp-help-Core eingibt, also wp, dann help und dann die Subkommandos, dann bekommt man nochmal tiefergreifende Informationen über die entsprechenden Kommandos, die wir hier nutzen. Und so kann man sich auch selbst dann seine Kommandos dann zusammenbauen und zusammenreimen, wie man möchte. Und im Prinzip, man macht das Ganze ein einziges Mal. Und dann, wenn das Ganze funktioniert und stimmig ist und läuft, dann geht man so ein bisschen, so mache es ich, dann verpacke ich das Ganze in ein Skript, lasse das Skript die ganze Arbeit machen und die Kommandosyntax ist mir, sag ich, fire and forget brauche ich nicht mehr, weil das Skript übernimmt die ganze Arbeit. Ja, dann verschieben wir jetzt erstmal das wp-Skript in den Temp-Ordner. Dann lässt sich es dann schön arbeiten. Wenn wir das wp-Skript aufrufen mit "--info", dann bekommen wir ein paar Informationen über unsere Umgebung. Das heißt, über den Kernel, dass wir hier eine Bash nutzen, die PHP-Version, die wir aktuell nutzen. Wir sehen auch die MariaDB-Version, die hier aktuell auf dem System im Einsatz ist und eben auch dann den Pfad, in der wir uns aktuell befinden. Und last but not least sehen wir auch die Version des wp-Skripts, die aktuell im Einsatz ist. Das ist momentan die 2.6.0. Das ist die aktuelle Version. Das können wir nochmal verifizieren, wenn wir auf die Homepage von WP-Kli nochmal zurückspringen und Support. Da können wir hier die aktuelle Version von WP-Kli, die Roadmap nochmal öffnen. Ich mache das Ganze jetzt mal, indem ich den Link nochmal kopiere und hier in die Shell einfüge und mit dem Kommandozeilenbrowser W3M öffne und dann, wenn man runterscrollt, dann sieht man auch, oh hier, ist die Version 2.6.0 die aktuellste Version, nämlich vom 25. Januar 2022. Also passt soweit. Okay. Ich habe das Ganze, man kann das Ganze jetzt nochmal mit sudo nach userlocalbin verschieben. Das können wir jetzt, das könnten wir jetzt hier machen, zum allererst mal executable flecken. Ja, dann brauchen wir das php vorne dran nicht immer angeben. Und mit sudo movewp nach userlocalbin können wir veranlassen, dass das WP-Skript in der aktuellen Version dann auch komplett generalistisch dann auf unserem Server dann verfügbar ist. Userlocalbin ist ja überall bei jedem User in der Regel im Pfad dann auch enthalten. Und dann kann jeder User einfach mit das Kommando WP aufrufen und dieses php executable-skript dann für seine WordPress-Instanz dann nutzen zur Wartung. Ich mache das jetzt nicht, weil bei mir ist die aktuellste Version schon unter userlocalbin installiert und genau in der 260 und einsatzbereit. Dann wechsle ich mal in meine, in mein WordPress-Verzeichnis unter omhtdocs ist diese WordPress-Instanz eingerichtet. Und jetzt können wir das WP-CLI-Tool nutzen, indem wir aufrufen WP mit gefolgt von minus minus pass ist gleich Punkt. Also zur aktuellen WordPress-Instanz, die wir hier verändern wollen. Und also das ist per Default sowieso schon ausgewählt. Ich möchte allerdings dann später, das werdet ihr sehen, das Ganze nochmal verskripten und dann brauche ich den Pfad. Dann kann man hier den zum Beispiel den Core updaten. Das machen wir jetzt mal hier in dem Fall. Und ja, wie ihr hier gesehen habt, das hat geklappt und wir bekommen hier ein Success zurück. Anschließend machen wir nochmal ein Update auf die Datenbank, um zu prüfen, ob die WordPress-Datenbank bzw. das Schema der Datenbank auch aktuell ist. Und hier bekommen wir die Information, dass bereits die Datenbank in der aktuellsten Version, die WordPress-Version, vorliegt. Von daher wurde hier nichts geändert seitens des Kommandos. Dann führen wir gleich als nächstes hier das Update für die Plugins dann durch. Und zwar, wir können die Updates für alle Plugins direkt nutzen. Aber führen wir doch erst das Kommando ohne den Befehlschalter mit minus minus all aus und wir sehen, wir müssen entweder ein Plugin angeben, damit wir explizit ein Plugin updaten können. Oder wir geben den Schalter mit minus minus all an, dass alle Plugins auf die aktuelle Version gehoben werden. Und das machen wir jetzt. Und dann geht's los. Dann wird jedes Plugin entsprechend heruntergeladen von der WordPress-Seite und entsprechend bei uns installiert auf dem System. Im Anschluss bekommen wir die Information, dass das Update geklappt hatte. Das heißt, unsere ganzen Plugins sind aktuell. Das Ganze prüfen wir jetzt, indem wir auf unseren Web-Browser gehen und den Browser aktualisieren. Und wir sehen hier, dass die Core-Version auf die aktuellste 5.9.1 gehoben wurde. Und auch das Plugin Directory entsprechend auch hier keine Updates mehr vorweist. Jetzt brauchen wir nur noch die Themes updaten und die entsprechenden Übersetzungen. Hier rufen wir dann das WP-Kommando wieder auf mit theme update minus minus all und dann werden die vier Themes geupdatet. Und als Status 4 von 4 erfolgreich. Noch ein Hinweis. Wenn ihr Elementor einsetzt, dann ist es auch notwendig, dass die Elementor-Datenbank auch aktualisiert wird. Das funktioniert mit WP-Elementor-Update-DB. Dieses Update ist ab und zu notwendig. Da gab es nichts zu tun. Das ist nur am runden Rande. Aber wenn ihr Elementor einsetzt, so wie ich an mancher Stelle dann braucht man eben auch diese Updates. Dann aktualisieren wir nochmal die Webseite und wir sehen, eine einzige Aktualisierung ist noch übrig geblieben. Und jetzt machen wir ein Update auf die ganzen Sprachen, auf die Übersetzungen indem wir jetzt einmal WP-Language eingeben und hier mal schauen, welche Möglichkeiten uns geboten werden. Das heißt, wir können hier den Core-Updaten-Plugin und den Siem-Bereich. Und das machen wir jetzt mal. Als allererstes mal den Core-Bereich dann den Plugin-Bereich und hier wieder mit dem Schalter Minus Minus All. Dann werden wieder alle Übersetzungen hier heruntergeladen und aktualisiert. Und ganz zum Schluss nochmal die Updates für die Siems eingespielt. Eben auch nochmal mit dem Schalter Minus Minus All. Weil wir einfach mehrere Siems haben, die wir aktualisieren können. Okay. Und wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, dann sind alle Aktualisierungen eingespielt. Ja, das war's jetzt auch schon wieder. Zumindest mal für den manuellen Teil. Ich habe jetzt das Ganze für mich dann auch hier in ein Skript gepackt, damit ich genau diese Aktionen entsprechend beschleunigt ausführen kann für eine Vielzahl von meinen Webseiten. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also ich habe das Skript bei mir in Unter User Local Bin abgelegt. Unter WP Upgrade All. Zahle erstmal die Shebang Zeile. Anschließend nochmal abfragen. Ich möchte mindestens ein Parameter hier angegeben. Beim Aufruf des Skripts. Das ist der Pfad zur WordPress Installation. der kann jetzt hier unqualified sein oder eben auch nur ein Punkt, wenn ich genau in dem Verzeichnis drin bin. Hat den Vorteil, dass wenn ich einfach hier das Skript via Grundjob ausführe, dann brauche ich bloß den entsprechenden full qualified Part angeben für meine WordPress Installation, die entsprechend geupdate werden kann. Als zweite Sicherheitsabfrage nutze ich die Option zu schauen, dass eine spezifische Datei die WP Login PHP in dem Pfad direkt drin liegt, weil daran erkennt das Skript, dass es sich um eine reguläre WordPress Installation handelt. Ansonsten bricht das Skript einfach ab. Genau. Anschließend werden die entsprechenden Variable eingesetzt. Das heißt, ich gebe die PHP einfach PHP an. Hier könnte ich eine andere PHP Version noch mit angeben. Dann das WP Script und setze dann eben auch den Minus Minus Pfad, der dann eben auch den entsprechenden Parameter übergeben bekommt und führe die entsprechenden Updates dann durch. Zuallererst bei das Core Update mit der Datenbank. Anschließend Plugin und Theme Updates. Jeweils mit dem Schalter Minus Minus All. Das Elementor Update und die entsprechenden Sprachübersetzungs Updates. Und so können wir das Skript jetzt mal ausführen. Ich gehe jetzt einfach mal in eine Verzeichnisebene höher und hier geben wir mal an, dass die WordPress Installation unter htdocs aktualisiert wird. Oder noch besser, erst verursachen wir einen Fehlerfall. Wir geben an, dass die WordPress Installation sich unter WP Admin dann befindet und da wird natürlich die WP Login PHP nicht gefunden und einen entsprechenden Fehler erzeugt. Und jetzt geben wir den richtigen Pfad an und das Skript wird ausgeführt und die entsprechenden Aktionen, wenn es welche gibt, entsprechend ausgeführt, umgesetzt. so automatisiere ich solche Aktionen. Also, wer Interesse hat an dem Upgrade-Skript, das ist jetzt doch ein ziemlich einfacheres Skript, aber damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr es dann direkt bei mir auf der Homepage downloaden. Den Link findet ihr unterhalb des Videos. Einfach draufklicken und dann könnt ihr das Skript nutzen, verändern, modifizieren, wie ihr wollt. Ja, das ist for free. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Falls es euch weitergeholfen hat, da freue ich mich umso mehr. Dann viel Spaß beim Automatisieren. In diesem Sinne. Ciao. Bis zum nächsten Video.